so willkommen zum minecraft hier bin ich jetzt halt larron lukas hat duschen und ja lukation ja schon eine welt gemacht die aber nicht so deshalb machen wir eine neue welt so ich hoffe ich bin nicht so weise und dann ich bin mehr so der typ für minecraft weil ich halt minecraft schon länger spiel und men und länger kenne als luka und es lag gerade sehr jetzt haben wir auf jetzt hier zu legen also ich würde nur sagen wollte nur sagen dass ich hier nicht versuche besser zu sein als kronk oder die anderen let's player wir wollen nur es schaffen gute let's player äh gute let's place zu machen und ich hoffe das geht weil ich wollte schon immer let's player werden und jetzt bin ich es halt mit luka und ja vielleicht die die mich noch nicht jetzt kennen ich bin larron schossi und hab einen kanal mit lukaburg so sammeln wir noch den baum hier ab und dann machen wir uns hier ding etwas werkzeug so 2 volt Und machen wir mal 16. Erstmal hier so eine Workbench hinzaubern. Das dauert so lange. Bei meinem PC ist das viel schneller. Und ich wollte sagen, dass ich ja mehr so der Pokémon-Typ bin. Ich bin Pokémon-Freak. Ich weiß schon sehr viel über Pokémon. Und ihr könnt mir Ratschläge geben. Ratschläge geben. Welches Spiel ich jetzt playen sollte. Da kommt der Luca ja. Ja. Bauen wir uns hier erstmal ein bisschen von den Werkzeugen. Ist mal hier so eine Scheißschaufel. Dann eine Axt oder lieber zwei Äxte. Jetzt müssen wir erstmal noch ein bisschen Holz-Ding bearbeiten. Das soll es machen. So, das reicht nicht. Ach komm, machen wir einfach so, ey. Das wäre jetzt auch scheiße geil. Ja, ich mach ja schon, Mann. Sag doch mal was. Was soll ich denn sagen? Ihr seht ja, was er hier schon leistet, ne? Also, das ist ja richtig viel. Ja, warte doch mal kurz. Vor allem die geilen Holzwerkzeuge, ne? Du warst nicht viel besser bei deinem Let's Play. Gar nicht. Ich hab ja nicht mehr, ne? Du warst nicht mehr, weil es zu schlecht war, oder wie? Ne, jetzt Spaß. Was brauchen wir noch? Die hier, das, bauen wir uns mal ein paar mehr, weil, so drei Stück, weil, die sind sehr wichtig. Ach, schau. So, jetzt. Wo ist das? Ach so, hier. Luca, weißt du was? Weißt du was? Ja, bau das ab. Ja, wenn wir sie brauchen. Ne, die Axt ist, ähm, ja, dazu da, um Stein wegzukloppen, ne? Ironisch. War das gemeint. Boah, ich hab gar kein Boko-Folz. Man sieht ja schon, wie scheiße das ist. Du weißt schon, ich kann besser aus als du wollen. Ja, klar. Hat er schon so viele gemacht. Ja, hab ich auch. Wetten. Äh, geil. Scheiße. Sprichst du noch weiter runter. Hast du ja noch mehr vorhin. Das können wir ja gleich machen. Nein. Luca. Ich bin jetzt... Nein, lass mal. So, dann hast du schon die Scheiße hier gemacht. Ja. Das war Luca. Äh, ja. Ja, jetzt... Ja, jetzt... Hör mal. Toll. Jetzt muss ich mich hier mit Holz wegbauen, Mann. So verletzend. Scheiße, Mann. Jetzt hör mal auf damit, Luca. Ich mach gar... Hauptsache gar nichts, nur weil du so dumm bist. Okay. Ich dachte, wir sind Brüder. Okay, wir sind keine Brüder, aber es ist scheißig geil. Das mach doch mal hin, Mann. Wie das leckt. So richtig steilig. Ich bin hier gerade Luca hier am FIFA abziehen. Ach, das 1 zu 1, ne? Und ich mit Santos und du mit Milan. Also hör mal ganz leise. Ja, das Tor von dir war ja sowas von... Wir werden euch ja mal hier die Statistiken vorlesen, ja? Tore, 1, 1. Schüsse, 9 für mich, 3 für ihn. Schüsse aufs Tor, 5 für mich, 2 für ihn. Ey, ich hab geil... Dreibesitz, 54 für mich, 46 für ihn. Zweikämpfe, 11 für mich, 6 für ihn. Fouls, 1 für mich, 0 für ihn. Ja. Die elbe Karten, 0, 0. Rote Karten, 0, 0. Verletzungen, auch 0, 0. Schussgenauigkeit, 45 für mich. Der war ja ein bisschen besser, weil er hatte ja auch so wenig Schüsse. Ey, ich hab geiles Tor gemacht. 56. Und Passgenauigkeit, 84 für mich und 80 für ihn. Also, das spricht ja für sich, ne? Also, wir sammeln erstmal ein bisschen mehr. Warte mal kurz. Ich sammle nur noch ein bisschen Holz. Dann... Dann ist Apatow gleich zu Ende. Weil ich hab keinen Bock mehr gleich. Jetzt bauen wir nur noch schnell diesen Baum ab. Sammeln ein bisschen Stein, wenn wir finden. Also, ich hab ne Idee. Und dann bauen wir uns so Stein-Dinger. Stein-Werkzeuge, weil... Oder... Wir sehen uns bei Part 2. Wir sehen uns wie weit. Wir sehen uns bei 꼭... Ich beiste et quê esasu, wenn wir lieber eine von ...